Moin Leute, also äh, hier also ihr könnt ja meine Stimme hören habt ihr noch nie gehört, wahrscheinlich aber auf jeden Fall hier schon mal meine Stimme-Reveal oder wie das heißt, keine Ahnung und ihr seht ja, momentan ich habe kurz, also ich habe 99 Abonnenten, mir fehlt einer lasst gerne ein Abo da, aber Leute das eigentliche Thema ist, guck mal Buki, keine Ahnung, warum ich das so dumm eingegeben habe, Buki Brawl Stars 1,9 Millionen Abonnenten, 200 Videos, aber du gehst drauf Digga, nein guck eben war hier sogar noch ein Video, ne Leute deshalb werde ich mich, keine Ahnung vielleicht zu Clash Games Brawl Stars, also Clash Games Clips Lukas Clips oder Marvin Clips oder sowas machen, weil es geht jetzt nicht mehr weil, was soll ich jetzt für euch noch von Content bringen es bringt nichts ich kann für euch kein Content bringen von Buki mehr weil er keine Videos hat hier er hat einfach keine Videos es geht nicht ich hatte ich habe Buki so gemocht Digga Buki ist so ein irre Mann aber das ist voll aber das ist voll komisch vor allem ich gehe auf Insta ich gebe ihn da auch mal ein warte mein Handy ist nicht das beste deshalb dauert das kurz ein bisschen so dann dann Buki man sieht so an das Profil hier auch ich glaube nicht, dass er gehackt wurde das ist glaube ich selber gemacht hat oder so aber wenn er gehackt wurde dann natürlich komplett bitter Digga das ist das ist ja komplett bitter dann ja okay ich kann für euch leider kein Content mehr bringen das war es mit meinem Stim-V-Real beim äh Dings äh wie nennt man das nochmal keine Ahnung ähm dieses warte mal kurz na zu meinem Statement auf jeden Fall so warum ich jetzt mich umbenennen werde weil ich will für euch noch Content bringen kann leider kein Puki Content mehr bringen äh deshalb mein Handy ist gerade ausgegangen aus Versehen ähm ja das ist mein Stim dazu dass ich mich umbenennen werde und ihr habt jetzt auch noch ein Stim-V-Real ein Abonnent fehlt noch vielleicht habe ich sogar gerade die 100 ich gucke mal nein egal Leute 100 Abonnenten Special werde ich mein Gesicht sogar zeigen das ist auch nochmal krass schick would ich ich